ähm ich hoffe das sind nur die beiden was was wolltest du sagen immer langsam? boah der hat gesessen einmal hoch hier unten durchrutsche und jetzt habe ich hier eine steuerkonsole oder wie? ah ok der hat jetzt das wasser hier abgeschalten das heißt wir können gleich weiter vermutlich irgendwie die frage ist nur wo? ach moment äh kann ich da jetzt? warum kann ich die Fernlenk-Kralle hier nicht einsetzen? die hat irgendwie kein Ziel kann ich nicht von hier irgendwo weiter? wartet mal hier ist aber auch nicht wirklich was ist das hier eine Tür? ne ähm ähm ziehen wir mal einfach an dem Ding hier äh ich verstehe glaube ich na guckt mal an pam so wo geht es hier lang? äh das sind die Fässer hier haben wir auch nix ah spielen wir mal wieder ein bisschen hacken na darf ich? das stimmt schon mal pumpenzugang das ist wieder ein echt geniales Passwort und wer steht da unten? und wer steht da? pam so einmal ausschalten den Typen hier zack ich mag diese Black Mask Dinge nicht äh halt die Richtung war es Telekommunikationsraum Telekommunikationsraum oh Gott so tut mir leid ich muss nur kurz äh meinen Kaffee austrinken so habe fertig also lebt Black Mask immer noch oder Mask na guckt mal ich hab mal wieder was gefunden ach die sind da unten ok dachte jetzt schon die stehen hier um die Ecke guck mal an was die was machen die hier hinter dem Revier warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an die Cops standen schon immer auf seiner Gehaltsliste so ich glaube wir werden denen da unten erstmal hier so eine zukommen lassen nein ich verpiss mich nicht ich muss mich doch erst immer um die Kleinen kümmern Pam und jetzt kommst du dran komm her oh da ist ja noch so einer gib jetzt hier gib jetzt hier Ruhe hier zack liegen bleiben aufzug fahren jetzt haben wir hier dann auch noch einen timer was ist denn das boah da ist wieder einer mit 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 knarre lass mich los los Aua boah der hat mir jetzt aber eine mitgegeben lass mich los lass mich los lass los ich muss jetzt erstmal den hier noch hier hier pam Die Telefonkabel laufen direkt durch die Kammer, in der Sie sich befinden. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lacey Towers Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert, damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Alfred, ich habe genug Informationen, um den Lacey Towers Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Wir sind gespannt. Zur Zeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort. Aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich jage. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Dann werden wir dies auch tun. Können wir vielleicht gleich... Sieh nach, ob du irgendwelche Infos zu jemandem namens Der Joker finden kannst. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel. Aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. So, wir benutzen natürlich das normale Exit. So, Moment mal kurz. Was hätten wir denn hier? Können wir da eventuell mit dem Ding was machen? Nö. Können wir da eventuell mit dem Ding was machen? Auch nicht. Können wir das Ding vielleicht... Nö, auch nicht. Will nicht. Moment. Ist das hier nicht wieder sowas für den Unterbrecher? Nö. Nö, 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 nö. So, was hatten wir denn hier noch? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ah, hier sind wir wieder am Anfang. Okay, ich habe schon verstanden. So, aber... Ach, du Scheiße. Killer Bunnies. Du bist wirklich herzlichst zur Feier eingeladen. Und es wird ein tolles Fest. Tolles Fest. Tolles Fest. Und es wird ein tolles Fest veranstaltet vom Hatter. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst. Du auch kommst. Du auch kommst. Wir hoffen sehr, dass du auch kommst, um Spaß mit uns zu haben. Batman. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetsch. Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe, bitte, wenn mich jemand hört, er will... Was für kranker Typ. Der Zylinder. Was? Passwort abgelehnt? Oh, jetzt geht das auch wieder los, dass ich hier... Dass es hier mehr Möglichkeiten gibt, oder wie? Gut laden. Passwort akzeptiert. Achso, das sehe ich hier unten an den Sicherheitsstufen, dass das hier teilweise... Oder dass die schwerer sind, ne? So, wo muss ich hin? Alle Einheiten, die nicht im Einsatz sind, bevor es melden. So, dann lasst uns mal gucken. Ah, ich wollte eh was gucken. Ach, wir sind jetzt im Diamond District. Da müssten wir eigentlich jetzt nach rechts und den Funkturm zuerst mal wieder einschalten, ne? Müsste doch eigentlich der hier sein, oder? Da, 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 da. Oh, da bin ich richtig, ja. Die Frage ist natürlich jetzt nur... Hast du aufgegeben? Nicht traurig sein. Dein Intellekt ist nicht für so etwas gedacht. Nö. Das Wort ist heute in voller Stärke im Einsatz.